Alles klar Freunde, genau das, Dr. Dreckwart. Weiter geht's. Und seit Sommer gegen Crazy Handorino, der verschwört uns die Leute da. Ey, mal Platz. Mal Platz, aber schnell. Was? Was war das gerade? Mama! Oh mein Gott, okay, komm mal ran. Oh, das ist ein Wurz. Oh, das ist ein Wurz. Oh, das ist ein Wurz. Ich habe ein Wurz. Ich habe ein Wurz. Ah, wala, Miloes. Das macht so viel Schaden, ey. Unglaublich. Grid Lane Main. Wird natürlich immer schwächer, je öfter man dieselbe Attack einsetzt. Raus mit mir. War schön. So. Wie geil es aussieht. Das sieht richtig cool aus. Okay, Crazy Hand, raus mit dir. Dankeschön. Weiter geht es. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Das ist auch eine andere Sache. Letzte Station. Ja, kommt die Leine. Was ist mit dem? So. Wo sind wir denn hier gelandet? Nein. Oh, der ist Putter. Ich mag das Putter so. So ein geiles Putter. Kann ich nochmal. Das Putter ist richtig cool. Was ist alles? Was ist alles? Hö? Das geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Really? Snack. Du kannst du hier nicht mitnehmen? Pandora? Ah vom Kill Icarus steht oben dran. Wendy. Geil eine Mucke auf jeden Fall. Oh ich hab sogar ein paar Pupen oder? LOL Sinn? Hä? Ok Oh Ok Amy Ike so Amy Ich krieg eine Schad mit einem Hammer Oh jetzt bin ich aufgeschwackt Ok Achso die hat Nonstop Hammer oder was? Und du mal an jetzt Und du mal an jetzt Oh was ist noch cool Eskalation Ha Die Hammer Games die waren zu hart Oh Loh War Luigi War Luigi die dreams dass du nachher ins Spiel kommst Legit die dreams Oh Oh Was ist das? What? Welchen Weg nehmen wir jetzt? Vince komm mal ran Oh Was für eine entspannte Musik Oh Was? Wie geil Ich sehe nix Oh Was? Vince kann selber kämpfen Vince ich sehe nix Ich sehe nix Ich sehe nix In Augen 9 Ich sehe nix Ich sehe nix In Augen 9 Okay, ich würde aber mal gegen jeden kämpfen. Loll! 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 Oh, mal! Loll! Okay, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt geht's aber ab. Was geht hier? Ja, wahrscheinlich war der richtige Weg, aber trotzdem will ich mal gerne gucken, was hier abgeht. Was sind wir gerne, was hier? Was sind wir gerne, was hier? Wie geht's? Ten hier oder? Was ist ja? Hey! 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 Wie? Das ist nicht dein Ernst, dass ich verreckt bin, wenn ich den rausschiebe. Das ist ein Bug. Bitte fixen Sie das! Das ist nicht dein Ernst, Mann! Ausgetausch! Hör auf! Wie lange? Lass mich in Ruhe, Theodor! Hau ab! Theodor! Lass mich in Ruhe, Theodor! Lass mich in Ruhe, Theodor! Ausgetausch! Frosch und Schlange! Wie nett! Naruto und Sasuke! Dreamlands! So! Oh! Da ist ein Kämpfer! Megaman X! Oh! Ich fand diesen Megaman, der sah richtig cool aus. Ich hatte von ihnen auch damals ne Figur. Megaman! Geil, geil, geil! War ein Wunder! Oh, lol! Oh, lol! Woah! Letzere! Was ist das? Das war's für heute. Ich habe diese verdammte B-Taste gedrückt, als er vor mir war. Was ist das? Ich hasse sowas. Oh Mann, echt. Sinnlos. Ich habe das. 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 Dein Ernst? Dein Ernst? Aha. Und schau. Dazu mach ich den Poker. So. Jetzt halt wirklich die Frage, welche Dungeon kommt da? Seid ihr bereit? Schau mal. Fremde Dimensionen. Fremde Dimensionen. Fremde Dim... Spaß. Lol, wo sind wir hier? Auf einer fremden Dimension. Haha. Freilich. Oh mein Gott, ist die Map groß. Hm. Was ist das? Dein Ernst? Ein fliegend Wesen soll dich leicht hintrifft deine Wahl. Ein fliegend Wesen. Du kannst nicht fliegen. Du kannst fliegen. Du kannst nicht fliegen. Du kannst nicht fliegen. Okay, ich spiel jetzt wieder Spiechen oder was? Pomelo! Das geht nicht! Nervt mich! Kommt her! Die armen! Oh, ist noch Zeit! Ja, und jetzt? Ist das eine Pikmin-Stage oder was? Fremd-Dimension? Kann sein. Weiß nicht. Keine Ahnung. Oh! Da kriegen wir die Zones dafür! Olé! Sliden! Lenskates! Huuu! Lenskate! Shクicry�ת! Ich spiele T Tatsumaki Senpoka Tatsumaki Senpoka Tatsumaki Senpoka Tatsumaki Senpoka Was macht er? Was war denn das gerade von Fox? Seht ihr das? Ob ihr das seht, ey! Lass mal hoch, ole! Die Slides Jetzt fangen wir jetzt mal die Kiste ab, besiegen noch den Gegner Und dann haben wir für diesen Part auch schon Slusorino Brauchst Aber Rob Ole Rob Oh mein Gott Raus mit dir Kommst wieder rein, oder? Ach so, warte mal Ridley kann viel Sprünge, weil ich wegen der Helfer Trophäe Normalerweise sollte das, äh nicht Helfer Trophäe, weil wir das geskillt haben Dank den Geistern, ihr wisst ihr was ich meine? Rob Oh mein Gott Was macht er? Hilfe Was? Übertreib halt Ne, sollst du übertreiben? Ich hab's gewarnt Ich hab's gewarnt Ich hab's gewarnt Und dann geht es legit von hier aus weiter Ich bin echt gespannt Ich kann nämlich nicht einschätzen, ob wir kurz vorm Ende sind Ob's auch ein bisschen dauert, oder nicht Oh, es geht hier weiter? Na doch nicht, naja Jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen, Freunde Wir sehen uns das nächste Mal Peace